Hey, grüß dich. Ist es warm? Aber sicher. Handgelenke, alle bereit? Die laufen. Schauen wir mal. Gut, als Kind kommt jeder mal mit Fußball in Berührung. Ich habe auch im Verein gespielt und bin dann 87, 88 in der Saison zum ersten Mal zum FC gegangen, als damals, wie alt war, der 8-Jähriger. Und seitdem bin ich FC-Fan. Ich bin jetzt nicht so schon seit Jahren da eigentlich für Fans, als ich meine Freundin eben da kennengelernt habe. Da ist das sozusagen ein bisschen mehr gekommen, weil da wirklich alle im Fanclub tätig sind und eben auch mit dabei sind. Und da ist dann für mich auch so die Zeit gekommen, wo ich da mal wirklich bin Fan, wo ich auch mal aufs Spiel gefahren bin. Und seitdem ist eigentlich die Leidenschaft eigentlich erst so richtig entstanden. Ich würde vorschlagen, ohne Seiten wechseln, wenn ich die Farben so sehe. Okay, alles klar. Ich würde sagen, bist du rot und ich bin der weiße FC, das weiße Ballett. Gut, dann. Gutes Spiel. Gutes Spiel. Gutes Spiel. Gutes Spiel. Gutes Spiel. Gutes Spiel. Gut, wenn er sich nicht so einstellt wie ich hier beim Kickern. Von dem her? Schauen wir mal. Wir haben wirklich lange gekickert. Die Abwehr stand einfach gut und wenn wir lange genug spielen, schießt auch der FC mal Tore. Also es ist ein nicht aussagekräftiges Ergebnis. Er kickert wirklich nicht schlecht. Ich habe zu Hause einen Kicker stehen, den ich selbst gebaut habe und deswegen habe ich natürlich etwas mehr Erfahrung gehabt und hat er gut gemacht.